So, dann werden wir mal noch die restlichen zwei Matrix-Teile bauen, die wir brauchen, ne? Wie ich das schon in der letzten Folge gesagt hab, ich find das schon krass, dass die Demo so lang geht, was ich echt schön finde. Aber, ja, ne? Ich brauch Plaste, wir sammeln erstmal Plaste, das ist jetzt erstmal vorrangig. Prüfen, das kennen wir schon. Hammer. Okay, das ist nichts. Okay, die Übersetzung ist wahrscheinlich auch ein bisschen falsch. Ich glaube, der, der, naja, wir sind halt gerade zwar beschäftigt, das ist schon richtig, aber nicht mit einer leeren Flasche, ne? Da hätte sowas stehen müssen wie benötigt, Gegenstand. Wir können das aber auch nicht so benutzen. Ach, ich bin schon wieder voll. Ich bin schon wieder voll. Es war gestern ein harter Tag. Doch die Biomasse kommt dahin, wo sie keiner mag. Nee, das lassen wir mal drinne. Und das kommt raus. So, was haben wir denn da jetzt so gefunden gehabt? Stahlsäge benötigt. Was ist das? Ein Technikbausatz. Den habe ich gesehen, die brauchten wir auch für irgendwas. So. Warum können wir eigentlich nicht das nehmen? Das verstehe ich nicht. Wir hätten doch das nehmen können und vielleicht einfach nur reparieren müssen. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Dann verleibe ich mir doch glatt ein. Ich weiß nicht, warum man das hier nicht wegbauen kann. Das ist doch doof. Das ärgert mich. Ah, wunderbar. So. Plastik. Wir brauchen diese komischen Fläschchen. So. Sehr schön. Oh, da haben wir wieder ein bisschen was gekriegt, ne? Prima. Oh nein. Ach man. Warum macht mir das Spiel eigentlich Spaß und dennoch so schwer? Auf der Suche nach Plastik, da fand ich sie. Die Bohrmaschine, sie war so stark wie nie. Lecker, lecker, lecker. Lecker. Ich seh hier lecker essen und werde es verspeisen. So. Ich könnte nochmal angeln gehen. Jetzt wo wir wissen, wie es funktioniert, sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Guck mal. 82% Futter. Das läuft. Ich will angeln den ganzen Tag, weil das Angeln mir so viel Freude macht. Leg los. Wir gucken mal, vielleicht können wir ja was im Müll finden. Oh. Oha. Krass. Dann würde ich gerne nochmal angeln. Das Angeln macht mir schon Spaß. Boah, das gefällt mir. Wir sind das erste Mal, seit wir das Spiel angefangen haben, wieder komplett voll mit Essen und Gesundheit. Und jetzt nicht mehr. So, jetzt muss ich hier erstmal wieder durch. Ach, komm schon. Okay, habe ich. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich hier irgendwas mache. Ein Blechspeicher, der nur Bleche braucht. Ich will euch das natürlich auch mal zeigen, was wir hier uns geholt haben. Die Übersetzung ist der Hammer. So, 5 Hammer drin. Was können wir denn noch machen? Bohnenspeicher. Ich baue das jetzt erstmal hier so alles hin. Okay. Interessant, auf jeden Fall. Nein. Verdammt. Ich brauche dieses Scheiß-Ungeziefer-Spray. Ey, das ist doch zum Kotzen. Aber naja, gut. Diese, also die Viecher an sich finde ich irgendwie ein bisschen... Ich stelle meine Fackel her. Wartet mal. Schau bei einem Plan. Haben wir nicht hier. Nehmen wir mal die Kohle. Ja, ha, 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 ha. Jetzt sollte das ja eigentlich passen. Da dürfte doch jetzt keiner eigentlich mehr hinkommen. Haben wir hier irgendwas Neues? Ach ja, diese fesche Frisur hier. Die nehmen wir. Guckt mich an, Alter. Ich sehe aus, als ob ich beim Wind geschlafen habe. Was zur Hölle? Was ist das? Komisch. Ich habe gerade Biomasse gegessen. Ich wollte es nur gesagt haben. Okay, wenn wir Biomasse essen können, dann sollte das ja alles ein bisschen einfacher funktionieren mit dem Essen. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Die macht zwar nicht viel. Aber sie macht auf jeden Fall das, was sie soll. Nämlich uns ein bisschen... Futter wiedergeben. Äh... Futter wiedergeben. Ein bisschen Energie. Ich brauche das gerade mal. Und ich hatte so eine Angst, dass wir verhungern. Dabei hätte ich einfach nur mal probieren müssen, was ist essbar und was nicht. Ein Trafo hatten wir doch auch schon. Und dann haben wir hier irgendwie komprimiertes Zeug. Weiß das zufällig jemand? Ich weiß das nämlich nicht. So. Wunderbar, wunderbar. Sehr schön. So, jetzt fehlt uns noch ein bisschen... Dings. Finde ich schade, dass wir hier nicht noch ein bisschen was machen können. Würde ich gerne noch was aufnehmen. Aber okay, das Leben ist kein Wunschkonzert. Da kann ich Blech machen und Bohlen. Aha. Interessant. Einfacher Hammer benötigt. Was ist jetzt, wenn wir... Ich würde gerne mal was ausprobieren. Ach, der nimmt das ja gar nicht. Ach, das läuft nur mit Biomasse. Okay, alles klar. Also müssen wir, wenn wir Biomasse finden, vorsichtig sein. So, warte mal. Okay. Okay, viermal Biomasse für jedes von diesen Teilen. Das sollte klar gehen. Ich würde mir aber jetzt speziell eigentlich wünschen, dass wir... Ähm, ich hab's vergessen. Ich hab' meinen Satz vergessen. So. 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 Ich muss das alles da rein schmeißen. Ich muss da später gucken, wie und wo ich was hinschmeiße. So, jetzt kochen wir. Ach, geht doch gar nicht, ne, glaube ich, ich glaube. Wartet mal. Dieses Inventar-Pier kann ich genutzt werden. Willst du mich testen? Das ist Kohle. Das kannst du als Brennstoff nehmen. Äh. Ja, gut, okay. Da hab' ich, glaube ich, noch ne Bohle liegen, oder? Danke dafür. Danke dafür. Ja, wunderbar. Schmack-O-Fatzi. Das Salat. Ich hab' vergessen, dass wir die Matrix bauen wollten. Richtig? Zwei brauchen wir noch. Okay, wir haben keine leere Flasche mehr. Hm. Interessant. Da braucht man Hammer, Chemikalienfester, Injektor. Da können wir irgendwas mit machen. Aber was? Das ist ein guter Grund, vielleicht nochmal zu gucken, ob wir uns ein paar Dinger bauen können. Ach, ist auch egal. Nee, können wir noch nicht. Uns fehlt noch ein. Aber, wir nehmen die mal mit. Wir müssen doch eh das Ding zusammenbauen. Das dauert doch eh. Richtig? Ja, sag' ich doch. Und wir müssen so einen komischen Kern finden. Die neun. Hä? Flüssigkeit hinzufügen? Ja. Oder kann ich da gar kein... Ach, vielleicht muss ich da Flüssigkeit abzapfen. Das kann natürlich sein. Die Tinte nehmen wir mit. Dafür kommt das Plastik rein. Und das. Kohle. Gib mir eine Matrix. Ich baue dir ein Schloss. Ich hab so viel Biomasse. Das kannst du dir ja nicht vorstellen, Jung. In deinem Alter. In deinem Alter, du. Ähm. Das ist falsch. Das ist falsch. So. Nein. So. Besser. Besser. Okay. Sehr schön. Ja gut. Was gibt's zu sagen? Das ist jetzt der... Erstmal der Stand der Dinge. Ich wollte zwar eigentlich das fertig kriegen, aber irgendwie... Halte ich mich wohl an anderen Sachen mehr auf, als dass ich eigentlich im Spiel... Im Spiel bin. Hier ist jetzt die ganze Biomasse. Zack. An sich muss ich sagen, wie gesagt... Also ich finde das Spiel mega. Oh, wir können auch Blümchen essen. Warum auch nicht? Wer braucht denn schon Blumen? Die werden einfach gegessen. Wird ein schöner Salat draus gemacht und fertig. Ich brauche unbedingt Plaste. Ich muss gucken, dass ich irgendwie... Ja, wir wissen, wer du bist. Einen Hammer kaufen. Was brauche ich denn dafür? Ach so, okay. Essenz-Technisch... 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 Ein nahrhafter Salat. Alter. Das ist ganz schön viel. Aber naja, gut. Ich würde sagen, es ist 19 Uhr. Ab in die Koje. Und dann weiß ich noch nicht, ob wir noch eine Folge hinkriegen oder nicht. Es macht mir auf jeden Fall Spaß. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Was auch immer es sein wird. Und dann gehen wir jetzt erstmal schlafen.